Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Deezer Date Video auf meinem Kanal. Wieder sitze ich in einem neuen Auto und auf dieses Auto habe ich wirklich sehr, sehr lange gewartet. Es ist ein Ford Mustang Mach E. Im Gegensatz zu den anderen Autos, die ich Probe fahren darf, ist diese Probefahrt etwas länger. Denn ich habe dieses Auto bereits vor fünf Tagen in Köln direkt bei Ford abgeholt und erst mal gestaunt über die Griffe beim Einstieg und die Zahlenkombination da auf der Tür. Seitdem fahre ich dieses Auto, durfte ich dieses Auto eine ganze Woche lang testen, zusammen mit dem Oskar. Wir sind lange gefahren von Köln nach Konstanz und wieder zurück und können euch deswegen dieses Mal einen etwas umfangreicheren Bericht geben. Direkt beim Einstieg ist mir aufgefallen, dass dieses Auto von seiner spartanischen Anmutung mich sehr an die Teslas erinnert hat mit dem großen Display in der Mitte. Allerdings hier noch ein zusätzliches Display im Sichtbereich. Ich finde auch verhältnismäßig wenig Knöpfe hier am Lenkrad. Also das hat mich schon mal alles sehr angesprochen. Natürlich viel Platz, es ist ein großes Auto, viel Beinfreiheit. Wir werden nachher Oskar-Test machen, den Kofferraum uns mal genauer anschauen. Und man sitzt natürlich sehr, sehr hoch. Das ist ja so ein Auto, ich weiß nicht, ein SUV ist es noch nicht richtig, aber so halber. Und man sitzt halt sehr hoch. Und eigentlich dachte ich immer, der Sinn der Sache ist, dass man aus dieser Höhe einen guten Überblick hat. Aber wenn ihr mal da vorne auf die Motorhaube schaut, ich finde, man sieht sehr viel Motorhaube und sehr wenig Straße. Und so ging es mir dann auch zum Beispiel in Parkhäusern oder beim Einparken in unserer Einfahrt, dass ich es teilweise recht schwierig fand. Ja, ich bin natürlich auch nicht solche großen, hohen Autos gewöhnt. Aber gerade wenn ich es mal vergleiche mit einem Model Y, was ich auch kürzlich gefahren bin, dann hatte ich da den Eindruck, ich habe einen besseren Überblick. Die Grunddaten von diesem Modell, die blende ich euch natürlich noch ein. Was vielleicht erst mal wichtig ist, es ist so eine Konfiguration nach meinem Geschmack. Es hat einen Motor hinten, also Real Wheel Drive und es hat eine große Batterie, 88 Kilowattstunden nutzbar. Und daraus resultierend, dank eines recht günstigen Verbrauchs, kommen wir nachher noch drauf, eine ziemlich gute Reichweite. Ich bin nun kein Auto nah, aber Mustang, ja, das löst auch bei mir irgendwas aus. Natürlich kennen wir diese alten Filmautos, die Mustangs. Aber wenn ihr mal schaut, wie ein Mustang heute aussieht, dann ist der Unterschied natürlich vorhanden. Also es ist so ein bisschen wie wenn man so einen Mustang genommen hat und einmal mit der Pumpe drauf gedrückt hat, sodass er ein bisschen hoch geht. Es soll ja auch noch einen Mustang Mach-E GT geben und der wird dann wahrscheinlich auch wieder eher sportlicher sein. Das hier ist eher so halt, naja, der Sportwagen für das schwierige Gelände in der Einkaufsmeile und der Spielstraße. Bisschen bullig natürlich für meinen Geschmack. Aber erst mal wertige Innenausstattung, kann ich gut mit zurechtkommen. Durchaus spartanisches oder sagen wir mal aufgeräumtes Interieur. Hier an dem großen Display kann man eben die wichtigsten Sachen auswählen. Erst mal, das ist sozusagen der Verlauf. Was haben wir als letztes angeschaut? Navigation. Hier kann man auf den Verbrauch schauen. Da seht ihr mal gleich, das ist jetzt diese Fahrt. Da sieht man, wir sind gerade 12,6 Kilometer unterwegs, haben 19 Kilowattstunden verbraucht. Da können wir mal gerade reinschauen. Hier unsere Fahrt von Köln nach Konstanz. Da ist teilweise der Oskar auch gefahren und auch ein bisschen schneller. Da haben wir einen Verbrauch von 24 Kilowattstunden auf 100 Kilometern. Und hier, das war eine gestrige Fahrt, die mehr so über Land ging. 75 Kilometer mit 17 Kilowattstunden. Also eigentlich einen ganz ordentlichen Verbrauch. Und unten sieht man auch noch, wie viel an diesem Verbrauch auf Kosten der Klimatisierung ging, des Zubehörs, des Benutzten, sodass man auch weiß, okay, wenn ich das und das ausstellen würde, hätte ich noch eine höhere Reichweite. Eine Sache, die man hier zum Beispiel einstellen kann, gleich mal, ist der Drive-Mode. Es gibt drei, passend zum Thema Pferd, zahm, aktiv und temperamentvoll. Wenn man jetzt zum Beispiel Beschleunigungstest macht, geht man vielleicht auf temperamentvoll. Und eine der wichtigsten Tasten natürlich für Tesla-Fahrer ist der One-Pedal-Modus, sodass man tatsächlich die Rekuperation so stark einstellen kann, dass man die Bremse kaum noch braucht. Ansonsten seht ihr jede Menge Möglichkeiten mit Kameras natürlich. Wobei ich glaube, es gibt nur eine Kamera, nämlich hinten. Dann kann das Ding parken. Und es gibt natürlich die üblichen Fahrerassistenzsysteme. Ja, und wenn man Musik hören will, kann man hier auch eine ganze Menge einstellen. Das finde ich auch schon bei meinem Model 3 immer sehr praktisch. Wenn zum Beispiel hinten jemand ein Hörspiel hören will oder der Sohn hinten links den Deutschrap, den ich nicht hören will, dann schiebe ich es einfach darüber. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns das Ganze mal von außen an. Wir haben uns ein schönes Plätzchen gesucht und schauen wir mal, wie das Ding von außen aussieht. Sehr wichtig natürlich, die Ladeklappe. Die macht man so auf und hat dann die Möglichkeit mit dem normalen Stecker oder CCS. Was ich sehr angenehm fand, ist, wenn man mit dem Schlüssel in der Nähe ist, drückt man einfach hier aufs Knöpfchen und der Ladevorgang wird beendet und man kann den Stecker wieder rausziehen. Was mir jetzt mindestens in der Woche 10 oder 15 Mal passiert ist, weil ich immer schön auch zu Hause geladen habe, ist, dass ich mal losgefahren bin und dann hat mir mein Auto gesagt, die Ladeklappe ist noch offen. Ich bin natürlich gewohnt gewesen, dass die von alleine zugeht. Ist nicht der Fall, macht man selber zu von Hand. Bei der Gelegenheit vielleicht kurz diese Daten. Wie gesagt, 88 Kilowattstunden reelle Kapazität. 16,5 Kilowattstunden auf 100 nach WLTP. Das bedeutet eine Reichweite von 610, also ist ein Longrunner, dieser Mustang Mach-E. Und wir haben eine Ladegeschwindigkeit von 150 Kilowatt. Das ist immerhin ganz ordentlich. Also die große Batteriekapazität, der relativ geringe Verbrauch und die ordentliche Ladeleistung weisen darauf hin, dass es ein Auto, mit dem man lange Strecken fahren kann und soll. Und genau das haben wir auch getan. Dieses Auto gibt es ab 46.900. Hier haben wir eben die große Batterie und den einen Motor und noch diese Farbe als Sonderausstattung. Und damit liegt das bei 55.950 regulärer UVP. Fancy, die Türöffner. An der vorderen Seite gibt es dafür also ein Knöpfchen. Unten Griff. An der Hintertüre springt die Türe von selber auf. Das ist eigentlich ganz nett. Und was es nicht mehr gibt, sind ansonsten Griffe, Schlösser oder irgendwas. Also ich weiß nicht, wie man sonst reinkommt. Wenn es mal nicht funktionieren sollte, keine Ahnung. Von hinten sieht es schon fast aus wie ein Mustang. Also in dieser Variation geht es nicht automatisch hoch. Und es gibt auch kein Knöpfchen, damit es automatisch wieder runter geht. So etwas gibt es sicherlich zusätzlich zu kaufen. In dem Fall für kleinere Leute. Ich weiß nicht, ich kenne auch Leute, die müssen da vielleicht hoch springen, wenn man es wieder runter machen will. Aber was wir hier sehen, ist ein Kofferraum, der mal wieder mit meiner 22 cm Hand gemessen ungefähr 94 cm an der engen Stelle breit ist. Vorne noch ein bisschen mehr. Und eine sehr schöne Ladehöhe natürlich hat. Ich würde mal sagen grob 70 cm. Und natürlich kann man die Rückbänke umklappen. Damit ergibt sich hier eine schöne lange Ladefläche von 154 cm. Hä? Nur 160 cm. Offensichtlich irgendwie was um die 1,70 cm Länge. Hier kann man noch aufmachen. Und hat noch ein bisschen Platz. Für Sachen. Lade. Gerümpel. Aber eigentlich ist damit auch schon voll. Und dann natürlich sind wir gespannt. Gibt es noch einen Frunk? Den Frunk kann man übrigens entweder auf dem Touchpad öffnen. Oder hier, wie man es kennt. Und kann dann feststellen, dass es ein bisschen Platz mit einer schönen praktischen Einteilung gibt, um einige Kleinigkeiten hier vorne zu verstauen. Beim Zumachen hatte ich letztes Mal gedacht, das geht nicht. Und habe in der Betriebsanleitung nachgelesen. Aber man muss einfach nur genug Kraft aufwenden und sich trauen. Und dann, ab der Höhe ungefähr, kann man es fallen lassen. Und dann geht es nicht zu. Wir sehen gerade, da hinten kommen ein paar echte Pferde. Dann fahren wir mal unseren Mustang lieber woanders hin. Dann versuchen wir mal wieder von 0 auf 100 an der bewährten Stelle. Wir sind bei 0. Und es geht los. Okay. 100. Ich bin mir jetzt unsicher. Also so langsam los ging es bei noch keinem. Und ich bin eigentlich schon auf der schnellen Einstellung. Keine Ahnung, ob das so ein Launch Control hat. Und ich fand es jetzt ein bisschen baby im rauskommen. Bremsen durch. Gas durch. Dann machen wir es so. Okay. 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 Und. 100. Ja, schreibt mir mal in die Kommentare, was ich falsch mache. Also, ich hatte bisher eigentlich keine Probleme mit dem 0 auf 100 Test. Bei dem hatte ich jetzt mehr erwartet. Und wie gesagt, wir sind in den Einstellungen im Drive-Mode hier auf Temperament voll. Ob es am One-Pedal-Modus liegt, weiß ich nicht. Können wir jetzt noch ein letztes Mal probieren, dass wir den weg machen. Also das mit der Bremse hat nichts gebracht. Bremse durchdrücken, Gas durchdrücken. Habe ich gemacht. Und dann Bremse loslassen. Und ich habe nichts gebracht. Letzter Versuch. Und es geht los. Jetzt. Hm. Naja. Ich bin sehr gespannt, wie viele Sekunden das am Ende sein werden. Ist ja ein Motorik. Also natürlich hat er jetzt nicht die höchstmögliche Beschleunigung. Ist eher auf Long Range ausgelegt. Ja, mal sehen. Bin gespannt. Die Höchstgeschwindigkeit, die ist ja 180 angegeben. Der Oskar hat sogar schon einmal rausbekommen, wie lange man 180 fahren muss, bis er dann abriegelt. Und dann konnte man nur noch 160 fahren, richtig? Oder dann 65. 165, ja. Okay. Vielleicht ein paar Details hier innen, die ganz nett sind. Sie scheinen Drehknöpfe zu lieben. Das heißt auch die Wahl des Fahrmodus wird hier mit einem Ring eingestellt. Ich muss natürlich auf der Bremse sein, dann kann ich hier in den Drive-Modus gehen oder in den Rückwärts-Fahrmodus. Dann habe ich hier die Kamera. Dann muss man entweder selber hier Parkbremse anziehen oder das Auto ausmachen. Das ist ein Knopf, den ich inzwischen immer weniger verstehe. Man muss auch, wenn man das Auto geöffnet hat, erst anmachen. Das bin ich irgendwie gar nicht mehr gewöhnt. Und so ist es mir auch einige Male passiert, dass ich vergessen habe, das Auto auszumachen. Ich war doch schon im Parkmodus. Bin dann ausgestiegen. Und dann hupt es bei jeder Gelegenheit. Also dann macht es immer so Warnhuper, wenn man die Türe öffnet oder wenn man hinten was zeigt. Ich habe jetzt verstanden, warum. Ja, ich muss nicht nur parken, sondern ich muss das Auto auch ausmachen mit dem Powerknopf. Da kann man an und aus machen und dann geht hier das Kino los. Es gibt nicht nur diesen, sondern auch noch hier einen Drehknopf. Mit dem kann man dann, wenn man das Radio angeschaltet hat, die Lautstärke regulieren. Der ist wahrscheinlich einfach aufgeklebt auf dieses Touchpad. Und damit man hier nicht mit dem Finger rumfahren muss, kann man mit diesem kleinen Rädchen die Lautstärke regulieren. Die Mittelkonsole auch aufgeräumt. Wir haben hier ein Ladepad für das Smartphone. Allerdings nur eines. Also auf der Seite wird nicht geladen. Dann da vorne USB, auch USB-C. Dann Platz für Getränke. Sehr schön. Die angesprochenen Dinge hier. Dann eine nicht höhenverstellbare Armstütze und ein großes Fach für Dinge mit einem 12-Volt-Stecker. Ah, hier kann man sich die Hand geben oder auch noch was hinlegen. Das ist eigentlich ganz praktisch. Gefällt mir soweit sehr gut. Gucken wir uns mal noch die Hinterbank an und schauen mal, ob der Oskar mit sein 1,93 hier gut sitzt. Das würde ich mal erwarten. Steigen wir mal ein. Tja, da ist auf jeden Fall ordentlich Platz. Schon? Also für die Knie. Ja, wobei am Kopf, ich merke immer direkt, weil ich mir so auf die Haare mache, merke ich immer direkt, dass die Decke niedrig ist, wenn ich mir beim Haaremachen dann die Haare an der Decke anstoße. Also die Decke ist jetzt nicht so, tatsächlich nicht so wahnsinnig hoch. Also habe ich irgendwie, der geht ja auch, damit er so ein bisschen sportlicher aussieht, glaube ich. Ja. Geht er hinten so ein bisschen runter und das merke ich hier auf jeden Fall. Kommst du denn an die Nackenlehne? Das ist ja immer so ein Kriterium. Ich komme. Überhaupt kommst du ran mit dem Kopf oder musst du dich prämen? Ich komme ran. Also das könnte auf jeden Fall noch ein bisschen höher sein, bei so einem großen Auto auf jeden Fall. An den Knien habe ich natürlich ordentlich Platz. Das ist jetzt auch auf dich eingestellt, nicht auf mich, aber da habe ich jetzt nicht so große Probleme. Ich merke auf jeden Fall, weil mein rechter Fuß wollte hier in diesen leeren Raum, der bei unserem Auto ist oder zum Beispiel auch beim Model Y. Das ist nämlich immer ganz praktisch, wenn man so lange Beine hat. Wenn man die mal irgendwie ein bisschen bewegen will, dann kann man die eben bei manchen Autos, weil hier diese, was ist das, die Mittelkonsole, so, da ist ja eigentlich nichts bei einem Elektroauto. Und da kann man manchmal den Fuß reinstrecken, das geht ja nicht. Aber ja. Gerade als ich die Tür zugemacht habe, ich finde das sehr nett. Ich mag auch die Geräusche, die das macht. Ich finde, dass die sehr gut dichten und sehr schließen. Ich mag dieses Leder oder dieses Lederimitat mit den Nähten gerne. Ich finde das wertig. Ich mag auch diese Türöffner, die du auch vorhin gerade schon erwähnt hast, sehr gerne. Ich habe hier natürlich, sagte er, und habe tatsächlich auch mit meinen 1,79 den Punkt, dass ich, wenn ich gerade sitze, zuerst mit dem Hinterkopf an der Decke anstoße und dann erst überhaupt an die Nacken stütze. Also dazu muss ich mich auch bequem hinsetzen. Also für ganz große Leute ist, glaube ich, hinten sitzt nichts. Wenn ich hier schon mal gerade so bequem sitze, vielleicht noch ein paar Erinnerungen oder Gedanken aus dieser ganzen Woche oder Erlebnisse. Also das eine ist natürlich, ich war im Parkhaus mit dem Auto. Das ist ein bisschen Nervenkitzel dabei. Vor allem, wenn einem das Auto nicht gehört, weil man doch nicht alle Begrenzungen so gut sieht, hat natürlich das Assistenzsystem, was dann piepst und piepst und so weiter. Was uns aufgefallen ist überhaupt grundsätzlich, ist, dass man immer denkt, man sei rechts schon so nah dran, aber hat eigentlich noch Platz. Das ist auch bei dem Spurhalteassistenten. Da denkt man auch immer, boah, wir fahren wahnsinnig weit rechts. Ich glaube, das ist einfach so eine Optikgeschichte von der Fahrerperspektive, dass man eben denkt, man sei schon sehr weit rechts, hat aber eigentlich noch eine Menge Platz. Was uns beim Fahren gerade auf der langen Strecke immer wieder aufgefallen ist, ist das Bremsverhalten. Das konnten wir auch nicht anders einstellen durch einen anderen Fahrermodus. Ich hatte den Eindruck, wenn man leicht auf die Bremse tippt, passiert gar nichts und wenn man dann ein bisschen fester tippt, dann haut es einen gleich nach vorne. Also dieser heute schon genickt Effekt war sehr stark. Was wir auch gemacht haben, ist natürlich Laden und zwar sowohl Sonnenstrom zu Hause an der heimischen Photovoltaikanlage. Das ging sehr gut als auch unterwegs. Da haben wir bei Schnellladern geladen und kamen auf Ladegeschwindigkeiten so um die 80 bis 100 Kilowatt offiziell 150 maximale Leistung. Ich habe aber auch mal einen Test gesehen, wo eben es hieß, dass diese 150 nur ganz am Anfang erreicht werden und schon bei 10 Prozent, das war so ein von 0 auf 100 Ladetest, schon bei 10 Prozent ging es dann runter. Ich glaube auf 110 und ab 80 Prozent braucht man eigentlich gar nicht mehr schnell laden, weil dann hat er sofort ganz runter gemacht. War wie gesagt ein Test nicht von mir, von 0 auf 100, aber ganz schön. Wie gesagt, er verbraucht eigentlich recht wenig, finde ich vor allem auch erstaunlich, weil er doch seine zwei Tonnen, 2,2 je nach Ausführung hat. Eigentlich schon auch nicht ganz leicht ist, aber offensichtlich ein effizientes Energiemanagement hat. Und damit komme ich zum Fazit von unserer Woche mit dem Ford Mustang Mach-E. Um mit den etwas negativen Sachen anzufangen, ich finde, dass dieses Auto nicht besonders viel Kick hat. Es ist kein sportliches Fahrgefühl, es ist eher ein Gefühl von einem rollenden Sofa. Mustang, alleine unter dieser Bezeichnung, haben wahrscheinlich viele was anderes erwartet. Was es auf jeden Fall ist, es ist ein relativ erstaunlich sparsames, großes Auto mit einer tollen Reichweite. In dieser Ausstattung für mich auch ein vernünftiges Auto. Ihr wisst ja, dieser Dent ist immer noch der Vernünftige. Insofern auch eher ein nachhaltiges Auto, finde ich, kann man auf jeden Fall sagen. Ich finde ihn auch ganz schön. Man wäre jetzt mal gespannt auf den Ford Mustang Mach-E GT. Das wäre dann wahrscheinlich der für die mit dem Kick. Und das hier ist halt eher schon das Auto für die vier Leute, die gerne zusammen irgendwo hinfahren möchten. Oder die mittelgroße bis kleine Familie, die damit auch gut in Urlaub kommt. Schreibt mir gerne unter dieses Video, was ihr vom Ford Mustang Mach-E haltet. Gebt mir auf jeden Fall ein Like, abonniert meinen Kanal und seid auch nächstes Mal wieder dabei. Bis dahin, euer Diesel Dent. Bis dahin, euer Diesel Dent.